so meine lieben herzlich willkommen zu einem weiteren update video hier bei jb trading deinem youtube kanal von trader für trader wir schauen uns heute gleich die altcoins an heute ist großes altcoin xsl special ein paar exoten sind dabei wo ich auch zum ersten mal hier auf dem bildschirm habe und deswegen gehen wir auch gleich los wir haben keine zeit zum verlieren liebe leute erste kandidat ist wiff noch nie davor gehört ist jetzt auch hier meine analyse ist blank es gibt auch wirklich nichts dazu zu sagen ich kann solche märkte nicht analysieren dieser markt ist erst seit fünften märz aktiv absolut gar nichts zu sagen wir haben nur hier was ich sagen kann ist dass wir hier ein low hatten dieses low hat zu diesem high geführt der markt ist zurückgekommen hat dieses low noch mal genau angetestet aber seht ihr die reaktion nach oben lässt zu wünschen übrig der markt kommt auch schon zurück das heißt dann ich gehe davon aus dass hier bei wiff erstmal tiefere tiefs sehen werden wie tief weiß ich nichts wie gesagt ein markt erst ein paar wochen alt ist kann ich nicht analysieren es funktioniert nicht ja absolut gar nichts rein aus technischen analyse fundamental kann ich auch nichts sagen ich kenne das projekt nicht also ist eigentlich ganz schnell erklärt das projekt glaubt kann sich jetzt hier positionieren und kaufen allerdings sollten wir hier nicht mehr unter die 1 80 fallen vor allem nicht nachhaltig signifikant drunter fallen hier in dieser zone wo wir jetzt gerade sind 2.93 bis 2 dollar oder bis 1.83 darf sich der markt aufladen und danach den nächsten großen up move starten aber wie gesagt ich kann leider nichts dazu sagen liebe leute ich sehe keine prognose kann nichts stand jetzt sind wir hier im abwärts trend wir bilden lower highs und lower lows müssen warten ob der markt hier aus dieser bewegung hier nach oben rausgeht und dieses high rausnehmen bei 4.85 wenn er schafft dann können wir weiterreden dann sieht es besser aus aber stand jetzt kann ich nichts dazu sagen leute nächster coin ist polkadot das ist ein alter bekannter wenn ich ihn finde da oben polkadot haben wir hier auch schon länger nicht mehr analysiert so wie es aussieht zumindest nicht hier also hier ganz klar wir haben hier dieses konstrukt hier verlassen wir haben es verloren polkadot ist einer dieser all coins wo mächtig abgeschmiert haben aber es ist nicht schlimm wenn ein markt so wie polkadot hier so stark abschmiert dann in der regel um sich etwas bullisches aufzubauen hier ist es eigentlich ganz schnell erklärt bei polkadot wir haben hier in dieser aufwärts bewegung haben wir hier das 100er extension level nicht rausgenommen wir haben es nicht nachhaltig durchbrochen somit ist es die wahrscheinlichkeit erhöht dass der markt die komplette aufwärts bewegung wieder korrigiert und das hat polkadot gemacht es gibt ein alternativ szenario habe ich auch in der kostenlosen signal gruppe euch mitgeteilt für alle oder drin sind also polkadot ist eigentlich ganz einfach dieses szenario ist draußen für mich muss ich meine wurscht finger doch irgendwie hin so jetzt sind wir hier in diesem gesamt korrektur level 7 71 bis runter zu 5 33 der markt darf sich hier aufladen er darf hier verweilen das ist erstmal gut was er macht hier wer an polkadot glaubt ist mit sicherheit ein guter zeitpunkt zum investieren langfristig gesehen bin ich sehr sehr bullisch auf polkadot ich habe schon in einem der letzten analysen hier auf youtube gesagt wir haben alle relevanten highs rausgenommen wo wichtig sind dieses high dieses high haben wir schon rausgenommen die aufwärts struktur sieht gut aus die abwärts struktur sieht sehr korrektiv auf sieht sehr korrektiv aus sehr aufladend ähm der markt hat aber etwas größeres vor und das ist auch gar kein wunder dass er etwas größeres vor hat und warum hat etwas größeres vor weil wir hier sehen dass diese letzte abwärts bewegung unkorrigiert war das heißt wir haben hier in dieser zone hier bis hier oben hin haben wir eine disbalance ähm und die hat der markt hätte der markt wahrscheinlich nicht zu ende bringen können mit dieser struktur schauen wir uns gleich an c-level wäre genau hier gewesen hier drunter ja ihr seht es hier hätte nicht ganz gereicht deswegen braucht er eine größere struktur um diese disbalance hier rauszunehmen ihr seht es hier er hätte es nur geschafft wenn er diese sequenz überschossen hätte diese grüne wo vorher eingezeichnet war also baut etwas bullisches etwas größeres auf holt sich mehr käufer in den markt um danach zu eskalieren wie gesagt ein sehr guter zeitpunkt in meinen augen hier um langfristig zu investieren trade technisch bin ich bei polka dort draußen stand jetzt da warte ich einfach ein szenario ab was er mir hier intern abliefert eventuell steige ich dann nochmal ein aber stand jetzt bin ich draußen bei polka dort c-level mindest c-level für dieses konstrukt was der markt hier uns bietet kann ich euch auch ganz kurz durchgeben jetzt werde das hier mittelfristig hier sind mit sicherheit die 17 bis 20 us dollar anzupeilen bei polka dort das heißt wir haben von jetzt an mindestens eine verdreifachung wenn der markt noch ein bisschen runter geht noch ein bisschen mehr aber stand jetzt ist das hier mein szenario was ich bei polka dort präferieren würde und auch mache auch in der signalgruppe genauso präferiere dass wir diese bewegung hier sehen sollten bei polka dort und ich bin da sehr sehr optimistisch dass das hier sich so ausspielen wird auch wenn wir hier einen abverkauf hatten aber er hält sich an mein alternativ szenario die gründe habe ich euch gerade eben erklärt also ich hoffe ihr zieht die richtigen schlüsse draus sehr 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 guter nachkauf zeitpunkt ich habe selber im spot markt gekauft polka dort hier in dieser region erst vor zwei tagen glaube ich also gehen wir zum nächsten coin das ist qnt ein sehr sehr interessanter markt so und jetzt seht ihr auch warum ich qnt in meinen analysen nicht mehr drin habe ich habe in der signalgruppe qnt kein einziges mal vorgeschlagen auch hier wo er hier hätte reagieren können in dieser blauen zone ja ich habe das nicht getradet ich habe das auch nicht weitergeben diese einstiegszone weil mir einfach qnt vom aufbau her hier nicht gefällt ich habe bewusst ich habe bewusst qnt rausgelassen wie gesagt und jetzt seht ihr auch warum wir haben tatsächlich bei qnt unter die 80 us dollar neue bern markt los generiert hier also ich sage schon seit monaten ich sage schon seit monaten qnt sieht für mich einfach nicht gut aus wo wir hier knapp über den 83 us dollar reagiert haben erster impuls nach oben korrektive seitwärtsphase impuls nach oben bis hierhin saß gut aus das hier war dann schon schlecht ab hier habe ich diesen coin nicht mehr vorgeschlagen oder halt beziehungsweise für mich auch gar nicht mehr analysiert vorgeschlagen habe ich den coin schon hier nicht mehr Anfang des jahres im januar sieht einfach nicht gut aus und ihr seht ja warum jetzt warum ich diesen coin außen vorgelassen habe andere kanäle haben den mit sicherheit vorgeschlagen aber ich nein sieht einfach nicht schön aus die struktur ist alles andere als gut gibt leider nichts zu sagen bei qnt sieht es echt übel aus ich sage es wie es ist das sieht nicht gut aus gehen wir zum nächsten diesmal kein krypto diesmal ist es platinum ja ich analysiere auch indizes Aktien natürlich auch Rohstoffe auch hier bei platinum müssen wir uns das hier mal übergeordnet angucken also platinum sieht gar nicht so übel aus wenn wir uns das hier übergeordnet anschauen wir hatten hier einen impuls nach oben starker abverkauf aber keine impulsive bewegung weil es nur einen impuls nach unten ja unterschied impulsive bewegung und impuls solltet ihr eigentlich kennen eine impulsive bewegung verhält sich in mindestens zwei impulsiven bewegungen mit einer zwischen korrektur eine korrektive zwischen bewegung das hier hat er nicht gemacht es ist eine korrektive abwärtsbewegung und das hier ist eine korrektive aufwärtsbewegung danach kam eine korrektive abwärtsbewegung aber stabilisierende stabilisierende abwärtsbewegung so jetzt habe ich es endlich das ist stabilisierend das ist gut für platinum hier kann der markt jederzeit nach oben durchschießen wir haben auch hier mit diesem wiki haben wir liquidität abgefischt unter dem 78,6 danach hat der markt nach oben reagiert wir haben auch hier auf dem monatstime frame sind wir wohlgemerkt letzte relevante highs rausgenommen mit dieser aufwärtsbewegung der markt kommt jetzt zurück also ich erwarte bei platinum ich lasse diesen chart mal stehen bei platinum erwarte ich einen impulsiven einen impulsiven aufschwung in den nächsten wochen und monaten ähm sollte übelst krass werden also meiner meinung nach schauen wir mal wo uns das hinbringen könnte wenn wir kein neues low generieren sollten ja 3700 us dollar bis hoch zu viereinhalb tausend us dollar jetzt sind wir gerade bei 900 us dollar also da ist irgendwas im busch müssen wir mal geopolitisch mal verfolgen was da mit platinum grad los ist aber irgendwas ist da im busch und ich erwarte einen massiven anstieg in den nächsten monaten bis jahre das ist ein großer time frame ja monats time frame ähm aber mit sicherheit kein schlechter keine schlechte blattanlage sagen wir es mal so gehen wir zum nächsten coin diesmal ist es wieder ein crypto coin es handelt sich um algo meinem kollegen so sieht schon besser aus auch algo hier hat mir das zerschossen ähm auch hier hat der markt wahrscheinlich etwas größeres vor wenn wir es hier anschauen was der markt hier macht ja wir hatten ja hier diese weiße sequenz hat der markt auch hier nicht rausgenommen und auch hier ähnliches spiel wie bei polkadot müssten wir eigentlich sein dass wir das 100er nicht rausgenommen haben ihr seht hier das 100er wir haben es kurz versucht zu überwinden aber wurden am 100er exakt am 100er wir haben es nicht nachhaltig gebrochen ihr seht es auch hier auf dem tagestimeframe wir hatten hier bloß liquidität genau oberhalb vom 100er abgefischt und danach wurden die abverkauft deswegen wenn so etwas passiert merkt ihr euch auch wenn ihr das xk system nicht lernt wenn ein 100er extensions level nicht nachhaltig gebrochen wird steigt die wahrscheinlichkeit einer gesamtkorrektur erheblich ja dass ihr das auch mal wisst und somit können wir das hier alles klienen den chart hier was aber nicht schlecht ist wie gesagt dann hat halt der kollege etwas größeres vor ich finde auch den chart hier nicht so übel schlecht also ähnlich ja wie bei polkadot ihr seht jetzt hier wir sind genau in diesem bereich wie bei polkadot auch 20 cent bis runter zu 13,5 cent ist kaufmöglichkeit wer an das projekt glaubt ist mit sicherheit auch hier ein gutes nachkauf level ich gehe davon aus dass wir bei algo auch hier in den nächsten wochen ein na können sich etwas länger hin ziehen wir haben ja noch nicht stabilisiert den markt können sich etwas eine längere seitwärts phase aber danach sollte in den nächsten monaten sollte ein impuls nach oben erfolgen es sei denn wir kacken jetzt komplett ab aber unsere analyse spricht nicht dafür und zwar einfach aus dem Grund wir haben auch hier sind wir runter haben liquidität unterhalb von diesem letzten low gefischt und jetzt akkumulieren wir uns exakt wieder an dieser zone wo wir hier letztes mal den aus oder uns akkumuliert haben bevor wir den ausbruch nach oben hatten jetzt hier das ist genau diese zone hier genau in dieser zone holen wir uns die liquidität ab dem markt geht hoch geht runter holt sich die ganze zeit liquidität ab und ich denke wenn es hier keine liquidität mehr gibt in diesem bereich hier wird der markt bei algo nach oben durch schießen ja auch diese zeichnung lasse ich für euch so drin gucken wir mal in ein paar wochen oder monaten wie es dann aussieht bei algo ob sich das bewahrheitet hat aber sieht alles in allem nicht so schlecht aus aber wie gesagt es sollte noch eine etwas längere seitwärts phase geben genug zeit zum nachkaufen wer an das projekt glaubt ist tier 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 wo habe ich dich habe ich dich noch gar nicht drin hier dann suchen wir uns mal tier raus tier usdt ist es der chart hier gucken wir mal ja auch dieser chart hat nicht wirklich viel historie november 23 ähm tier 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 runter zu 6 Dollar, darf der Markt sich hier komplett bewegen und hier aufladen. Er sollte aber nicht nachhaltig unter die 6 Dollar fallen. Er könnte sich hier noch die Liquidität abgreifen, unter diesen Lows hier, bei genau 5 Dollar. Das ist möglich, dass wir hier drunter gehen, 5 Dollar anhitten und dann von hier aus weiter nach oben gehen und dann das hier sehen. Sonst hat der Markt mir leider nichts, absolut nichts Ne, also wer an das Projekt glaubt, hier kann man gut einsteigen, aber wie gesagt sonst kann ich leider aus charttechnischer Sicht nichts sagen zu diesem Coin, wo einfach keine Historie hat, liebe Leute. Schade, würde ich gerne mehr sagen, aber wenn es nicht geht, dann geht es halt nicht. Gehen wir zum nächsten Coin Chilis, auch schon ewig lang nicht mehr analysiert für euch. Na, wo bist du? Ich müsste ihn doch eigentlich irgendwo haben. Mal gucken wir mal. Ja. Oh je, die lässt die Analyse schon ewig kalten her. Können wir wahrscheinlich auch alles aufräumen. Spannung das alte Setup. Also Chilis sieht auch nicht gut aus, muss ich ehrlich sagen, liebe Leute. Absolut nicht gut. Auch wenn wir jetzt hier auf den Tagestimeframe gehen. Letzter Impuls nach oben. Impuls. Keine wirkliche impulsive Bewegung, nur ein Impuls nach oben. Letzte Highs nicht rausgenommen bei 17, 18 Cent. Danach kam wieder starker Abverkauf nach unten. Ne, also bei der Liebe Chilis sieht nicht gut aus. Müssen wir gucken, was der Markt jetzt hier macht, in diesem Trendrende-Bereich, wo er sich gerade aufhält. Höchstwahrscheinlich hält er sich gerade auf. Also, dieser Bereich hier bei 11 Dollar, äh, 11 Cent, bis runter zu 7 Cent, sollte er halten. Der Markt darf sich hier akkumulieren, aber wie gesagt, die Aufwärtsbewegung sah nicht gut aus. Wir haben das letzte High nicht rausgenommen, das relevante High bei 18 Cent. Er darf sich hier aufladen, der Markt. Wenn er es macht und dann den nächsten Impuls nach oben verfolgt, dann sollte er signifikant über die 18 US-Dollar drüber gehen. Ich markiere euch diesen Bereich. Das muss der Markt auf jeden Fall nachhaltig durchbrechen, dass wir dann nachher sagen können, okay, er hat es hier gemacht, drüber und dann, wenn er zurückkommt, dann müssen wir gucken, dass wir Higher Lows und Higher Highs in dem Markt machen. Jetzt, Stand jetzt, bilden wir Lower Highs und Lower Lows Ich lasse auch das mal für euch stehen. Also, wie gesagt, wer an das Projekt glaubt an Chilis, ich war auch mal groß investiert in Chilis, habe es aber abgestoßen glücklicherweise. Ich glaube, irgendwas bei 30 Cent habe ich abgestoßen. In dieser Aufwärtsbewegung hier, genau, bei 30 Cent habe ich abgestoßen, bin aber mit Verlust raus, weil ich bin, so gut wie ich war, bei 50 Cent eingestiegen. Stand jetzt, habe ich alles richtig gemacht. Schwierig, der Kollege, schwierig, der Kollege, schwierig. Ja, schade. Habe ich viel mal davon gehalten, vom Kollegen, aber jetzt müssen wir abwarten. Nächster Kandidat ist wieder ein Exot, beziehungsweise kein Krypto. Ähm, Aktien. noch habe ich Paypal da nicht bei Aktien drin. Also wie gesagt, Paypal hier, habe ich schon mal analysiert. Aber bei Paypal habe ich ja gesagt, letztes Mal in der letzten Analyse, äh, der Markt sieht schlecht aus. Also ich muss sagen, wie es ist, er sieht schlecht aus, aber er muss hier diese Trendlinie halten, nach oben. Ihr seht es hier, die verläuft hier. Ja, wir haben hier einen Aufwärtstrend, aber rein technisch kann ich nicht sagen, der Markt hält sich hier übergeordnet unter dem 88,2er auf. Und zwar schon eine ganze Weile, wir sind ja auf dem Wochen-Timeframe. Es kommt keine Impulsbewegung nach oben, alle relevanten Highs werden sofort wieder abverkauft. Ihr seht es hier, wir hatten das auch hier, High, Versuch auszubrechen, abverkauft, wieder Versuch, abverkauft, hier auch, versucht dieses High rauszunehmen, abverkauft, auch hier versucht dieses High rauszunehmen, abverkauft. Es sieht alles nicht gut aus, Leute. Also Paypal bin ich sehr, sehr enttäuscht. Ich weiß, ich habe mal Paypal vor ein paar Monaten, aber schon ziemlich am Anfang meiner Trading-Karriere habe ich mal analysiert, da sah der Kurs deutlich besser aus, aber allein diese Aufwärtsbewegung, was wir hier gesehen haben, die war schon ein Knackpunkt. Wir haben hier keine Stabilität und ihr seht es ja auch hier, warum Stabilität wichtig ist in einer gesunden, impulsiven Bewegung. In einer impulsive Bewegung gehört auch Stabilität. Und Stabilität ist nicht das hier, dass der Markt kurz in einen Korrekturlevel reinläuft und danach gleich nach oben schießt. Nein, Stabilität ist einfach, wenn der Markt das hier gemacht hätte, das hier und dann den Impuls nach oben, dann wären wir mit Sicherheit nicht so tief runter gegangen, sonst wären wir mit Sicherheit irgendwo hier gelandet und nicht das hier gemacht. Deswegen ganz, ganz wichtig, wenn ihr analysiert, der Markt braucht irgendwo immer eine Stabilität, sonst sehen wir das, was wir hier bei Paypal sehen, ja, diesen Berg nach oben und dann ist der Bergsteiger sofort wieder abgerutscht und komplett bis ins Tal runtergefallen. Also wie gesagt, bei Paypal diese Aufwärtstrendlinie könnt ihr euch einzeichnen, die muss halten, solange die hält, besteht Hoffnung. Ja, der Markt ist nicht ganz tot, weil wir sind auch hier wieder jetzt über um 88,2er, wir versuchen uns zumindest drüber zu halten, aber im Großen und Ganzen sieht Paypal schon echt übel aus, muss ich sagen, müssen wir schauen, ob der Markt hier dieses High rausnehmen kann bei 103, wenn es drüber schafft, nachhaltig drüber schafft und sich dann Higher Highs und Higher Lows in den Markt reingeneriert, dann gut, wenn nicht, dann könnte Paypal hier wirklich übel ausgehen. So, gehen wir zum letzten Coin, diesmal ist es wieder ein Crypto Coin, Sandbox habe ich auch schon Ewigkeiten nicht mehr analysiert, oh je. Wow. Auch Sandbox war ich in meiner Anfangs-Krypto-Karriere war ich dick investiert, habe leider auch viel, viel zu hoch eingekauft, aber ich habe auch zum Glück noch, wenn ich jetzt also jetzt sehe, zum Glück rechtzeitig abgestoßen, auch in dieser Phase hier bei 3 Dollar irgendwas habe ich Sandbox abgestoßen, ich bin aber auch hier bei knapp 5 Dollar eingestiegen, hier in diesem Hype, wo es hier gab, November 2021, ja, also auch Sandbox sieht nicht wirklich rosig aus, wenn wir uns anschauen, diese Aufwärtsbewegung, die war halbwegs in Ordnung, aber sieht auch nicht gut aus, nee, sieht nicht gut aus, jetzt sehen wir auch hier, dass der Markt ist hochgegangen, hat hier dieses vermeintliche BC-Korrekturlevel, wo hier liegen dürfte, hier in dem Bereich, hier hat er nach unten durchbrochen, jetzt holt sich der Markt ein Gesamt-Korrekturlevel, müssen wir warten, müssen wir abwarten, was der Markt hier macht, gefällt mir zwar nicht wirklich, was er hier bis jetzt veranstaltet, aber auch hier müssen wir dem Markt die Chance geben, er darf sich hier in diesem Bereich hier akkumulieren, aufladen und von hier aus dann nach einer langen oder etwas längeren Seitplatzphase darf er dann den Ausbruch nach oben versuchen, aber es sieht nicht gut aus, ja, ich sage es immer wieder, wir müssen noch dem Markt die Chance geben, weil hier diese Abwärtsbewegung, die war sehr korrektiv, schöne Zeit eigentlich zum Aufladen, aber dafür ist dieser Move nach oben ziemlich schwach ausgefallen, muss ich ehrlich sagen, Aufladephase war okay, auch vom Zeitraum her, hätte ein bisschen länger gehen können, bevor der Ausbruchversuch kommt, aber das kann er jetzt nachholen, wie gesagt, hier in dem Bereich 55 Cent bis runter zu 39 Cent, darf der Markt sich bewegen, er darf halt nicht nachhaltig runterfallen unter die 39 Cent, so wie hier kurz Liquidität abgreifen, okay, aber die Reaktion hier schon, wir hatten hier mal eine Reaktion am 50er nach oben gegangen, das ist etwas Gutes zu deuten, ja, er reagiert wenigstens hier am 50er und ist hier nicht komplett abgeschmiert, das heißt, der Markt braucht einfach noch mehr Käufer hier, aber auch hier das gleiche, wir hatten bei Sandbox keine Stabilitätsphase, Impuls nach oben, leichte korrektive Aufladephase nach unten mit dem nächsten Impuls und auch hier das gleiche, wir müssen uns irgendwo stabilisieren, auch hier darf der Markt sich stabilisieren und für den nächsten Aufwärtsimpuls Käufer einsammeln, aber ohne Hype wird es schwierig bei Sandbox, meiner Meinung nach, nichtsdestotrotz müssen wir dem Markt die Chance hier geben, dass er uns vom Gegenteil überzeugt und ich würde sagen, das war es mit dem Update Video, wenn ihr Altcoin-Wünsche habt, ich versuche am Sonntag oder am Montag wieder eins für euch auf die Beine zu stellen und danke euch fürs Zuschauen, danke für den ganzen Support, für die Unterstützung hier, auch gerade die letzten Tage, ich sehe einfach, ich habe eine geile Community und ich würde sagen, das war es dann, wieder fast eine halbe Stunde für euch, ich wünsche euch einen wunderschönen Tag und wir sehen uns dann zum nächsten Update Video, euer Joe, macht es gut und ciao, ciao Leute.